Julis Leo Saget ist ein französischer Film- und Theaterschauspieler. Leben Saget wurde in Geffersis im Aron des Morts Cotenses in Frankreich geboren. Sein Interesse für das Theater entwickelte Saget bereits im Alter von acht Jahren, als er die École Julis Fern in Cotenses besuchte und hier bemerkte, dass er sich nur wenig für Musik interessiert. Nach einem gescheiterten Versuch am Lycée Moliere in Paris zu studieren, verließ Saget die Stadt Cotenses und begann eine Arbeit an einer Fähranlegestelle in Embrun. Im Alter von 17 Jahren zog Saget nach Paris, um dort an einer Theaterschule im 5. Aron des Morts zu studieren. Hier erhielt Saget Engagements am Theater La Bruyère und an der Carta Thierry, später auch in L'Orient und Lyon. 2012 erhielt Saget die Hauptrolle im Film Tu seras un homme. Darin spielt er Theodor, der als Aufpasser für den kleinen Leonard angestellt wird. Für seine Arbeit am Film wurde Saget 2013 im Rahmen der Oaxaca-Filmfest in Mexiko mit dem Agave Award ausgezeichnet. Stefan Butzmühlen, der für seinen 2016 erschienenen Film Lichtes mehr eigentlich ausschließlich auf Laien-Schauspieler zurückgreifen wollte, entdeckte Saget nach längerer Suche bei einem Straßencasting vor der Berlinischen Galerie, ohne zu wissen, dass Saget Schauspieler ist. Von Butzmühlen erhielt Saget im Film die Hauptrolle des jungen Matrosen Jean. Engagements am Theater, 2011 Silence, 2013 Machine Feideau ein Theaterstück von Georges Feideau, 2014 Tristan und Isolde, 2014 Tod eines Handlungsreisenden ein Theaterstück von Arthur Miller, 2015 L'Illusion Comic ein Theaterstück von Pierre Cornell, Filmographie, 2013 Tuzer Asunom, 2015 Leberot des Legendes, 2016 Lichtes Meer Die